Um Krieg geht, sind am Ende weniger vorhanden und es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht, mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger zu sein. Der VW-Konzern hat eingeräumt in den USA Abgaswerte. Ermittler durchsuchen Konzernzentrale. Mehrere Razzien bei Volkswagen. Volkswagen hat gesagt, dass mehr als 11 Millionen Fahrzeuge weltweit sind. US-Justizministerium leitet offenbar Ermittlungen ein. Now will be Volkswagen, der Martin Winterkorn dreht von KFV. Dunkle Wolken über Berlin und Brandenburg, noch dunkler, aber sind sie über der VW-State Wolfsburg. Die Büros im Stammwerk in Wolfsburg und mehrere Privatwohnungen von VW-Mitarbeitern durchsuchen. Texas hat Volkswagen wegen der Abgasaffäre begleitet. Der Glaubenswertigkeitsverlust in den USA ist enorm. Was ist da los bei VW? Dies ist die Geschichte von Ingenieuren und Managern, die großartige Autos bauen. Auch mit krimineller Energie. Es ist eine hässliche Geschichte. Schwören Sie die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit? Ich schwöre. Michael Horn, der Amerika-Chef von Volkswagen, im Kreuzfeuer von US-Abgeordneten, kurz nachdem der Skandal um manipulierte Abgaswerte im September 2015 öffentlich wurde. Mein Herr, dieses unmoralische Verhalten, wie sie wissentlich und willentlich die US-Abgasstandards hintergehen, ist extrem enttäuschend. Ich meine, VW ist eine der bekanntesten Automarken der Welt. Die Entscheidung ist in Deutschland offenbar auf Management-Ebene getroffen worden. Ist das korrekt? Nach meinem besten Wissen wurde das in keiner Vorstands- oder Aufsichtsratssitzung autorisiert. Es waren stattdessen wohl ein paar Software-Ingenieure, die das eingebaut haben, aus welchen Gründen auch immer. Ich möchte das auch rauskriegen. Dies hier ist eine offizielle Anhörung, Sie stehen unter Eid, das wissen Sie. Ja, ich bin vereidigt, ich verstehe das, Sir. Okay, Sie sagen also, dass der Vorstandschef von VW von all dem nichts wusste? Was ich sagte, ist, dass das meines Wissens keine Entscheidung des Managements war. Das war etwas, was Einzelne getan haben. Aber es ist über Jahre passiert. Glauben Sie wirklich, dass die Vorstandsetage jahrelang nichts davon mitgekriegt hat? Das stimmt, das ist in der Tat schwer zu glauben. Und ich ringe auch damit. Man überlegt, da muss irgendjemand mal gesessen haben und auf die Idee gekommen sein, man könnte elf Millionen Fahrzeuge manipulieren und es fällt niemals auf. Das kann einen nur wundern. Das hätte meine Fantasie sicherlich noch vor wenigen Wochen deutlich überstiegen. Niemand will etwas gewusst haben. Politiker, Manager, Betriebsräte, Aufsichtsräte. Alle geben sich ahnungslos. Bis heute. Dieser Film erzählt von dem Traum, die Nummer eins in der Welt zu werden und dabei spektakulär abzustürzen. Und er erzählt von Autobauern, die es mit den Gesetzen offenbar nicht so genau nehmen. Und das schon seit Jahrzehnten. Volkswagen ist ein sehr schwieriges, kompliziertes Gebilde. Und da haben die Betriebsräte und die Gewerkschaften eine besondere Macht. Eine Macht, abgesichert durch Privilegien und Sonderrechte. Klaus Volkert ist 15 Jahre lang Betriebsratschef. Bis 2005. Er ist Anführer von einigen hunderttausend Arbeitern. Sein Einfluss scheint grenzenlos. Als starker Mann neben VW-Patriarch Ferdinand Pirch. Auf Augenhöhe mit den Top-Managern des Konzerns. Wie Personalvorstand Peter Harz. Gegen die Arbeitnehmer, gegen die Betriebsräte von Volkswagen geht nichts in diesem Konzern. Der Druck auf das Management, sich gutzustellen mit diesen Betriebsräten, ist extrem hoch. Im Management von VW entscheiden sie damals, die eigenen Betriebsräte zu schmieren. Arbeitnehmervertreter sollen gefügig gemacht werden. Organisiert von Klaus-Joachim Gebauer. Er ist damals der Verbindungsmann vom Management zum Betriebsrat um den mächtigen Chef Klaus Volkert. Volkert sollte zufrieden sein. Man hat ja eine bestimmte Sicht der Dinge, was im Leben interessant ist und was gefällt. Hauptsächlich eben Frauen. Und ich habe eben das organisiert, was ihm Spaß gemacht hat. Und dadurch, dass die finanziellen Möglichkeiten da waren, gab es auch keine Restriktionen. Viel Spaß hat Klaus Volkert zum Beispiel in Rio de Janeiro. VW zahlt großzügig dafür. Und der Betriebsrat, der auch im Aufsichtsrat sitzt, ist längst nicht der einzige Umschmeichelte. Bei VW organisieren sie auch Gruppenreisen. In Indien wurden die Mädchen ins Hotel bestellt und von mir bezahlt. In Bar? In Bar, ja. Meistens ging es dann auch sogar so, dass Volkert gesagt hat, wer überhaupt bedacht wird mit Mädchen. Das war, glaube ich, im Nachhinein, würde ich sagen, in erster Linie auch peinlich. Peinlich, dass es solche Unsitten gegeben hat innerhalb des Vorstands. Damit ist nach meinem Dafürhalten sehr gründlich aufgeräumt worden. Ein Gericht verurteilt Volkert wegen Beihilfe und Anstiftung zur Untreue zu knapp drei Jahren Haft. Personalvorstand Harz kommt glimpflich mit einer Bewährungsstrafe davon. Auch Klaus-Joachim Gebauer wird zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Doch einer will von all dem nichts gewusst haben. Der damalige Aufsichtsratschef Ferdinand Pirch bleibt unbeschadet der starke Mann in Wolfsburg. Eine Eigenart von ihm, dass er auf seinem Beschreibtisch kein Papier hatte. Er hat auch keine Papiere angenommen. Das war, wenn man das, wenn ich so meinen Prozess ansehe, war es schon eine Sache, die ihm auch dabei geholfen hat, Dinge letztlich gesehen nicht beweisen zu lassen. Ein schwerer Vorwurf. An Ferdinand Pirch prallt alles ab. Selbstbewusst inszeniert er sich seit Jahren an der Seite der Mächtigen. Und er will selbst immer mächtiger werden. VW zum Weltmarktführer machen. Auf gute Kontakte zur Politik kann er sich dabei verlassen. Wer die Überzeugungskraft von Herrn Dr. Pirch kennt, auf diesem Gebiet jedenfalls, der weiß, wie sowas geht. Für ihn ist Teamwerkwerk eben, wenn alle das tun, was er will. Das betrifft auch den Aufsichtsrat. Doch der ehrgeizige VW-Chef Pirch bekommt nicht alles in den Griff. Das wichtige Geschäft in den USA läuft schlecht. In den 80er und 90er Jahren macht VW hier Milliardenverluste. Dringend müssen die Wolfsburger in Amerika Fuß fassen. Neuropa ist Volkswagen Marktführer gewesen. In China war es auch der dominierende ausländische Hersteller. Und es war die Frage, wie kann man in den USA gegen Toyota antreten, die mit Hybridtechnik vorne waren, die einen großen Marktanteil haben, die eigene Fabriken haben, vor Ort produzieren. Und der Dieselmotor war die Entscheidung gewesen des Vorstands, der sollte es bringen. Doch die Ingenieure haben damals ein Problem. Ein Motor, der stark, sauber und billig ist. So der ambitionierte Plan der Manager. Wie soll das gelingen? Wenn so ein Fahrzeug konzipiert wird, wird eben sehr genau überlegt, zu welchem Preis will ich das Fahrzeug auf den Markt bringen. Und dann ist der Druck auf die beteiligten Ingenieure relativ hoch, innerhalb dieses Preisrahmens zu bleiben. Und dass man dann in der Verzweiflung, dass man plötzlich nicht sieht, dass man eine technische Lösung hat, wie man innerhalb dieses Preisrahmens bleibt, dass man dann unter Umständen dann so weit geht, dass man manipuliert. Es kommt zum Sündenfall. Mit einer Software werden Abgaswerte verfälscht. Der Trick ist auch den US-Behörden bekannt. Schon bei der Zulassung des VW Jetta weisen sie 2008 darauf hin, ein Defeat Device, eine Schummelsoftware, ist strafbar. Dieses bislang unveröffentlichte Dokument dürfte VW jetzt gefährlich werden. Genau so einen VW Jetta kauft vor fünf Jahren Ari Levin. Ein sparsames und sauberes Auto, hatte man ihm versprochen. Ein stolzer VW-Fahrer. Bis der Abgasskandal öffentlich wird. Ich war echt sauer. Als ich das erste Mal davon gehört habe, konnte ich das gar nicht glauben. Das ist so ein Riesenbetrug. Im ersten Moment dachte ich, okay, vielleicht haben sie es nicht gewusst. Aber nein, sie wussten es. Und sie haben bewusst gelogen. Das Mindeste ist, dass die mir mein Auto wieder abkaufen. Denn ich hätte es nicht gekauft, wenn ich das gewusst hätte. Es ist ein Luftverpester. In den USA kreiden Wissenschaftler VW deshalb nur 59 Todesfälle an. Der Zusammenhang mit Dieselabgasen ist schwer zu beweisen, auch in Deutschland. Dennoch, immer mehr Menschen leiden an Lungenkrankheiten. Ich bin deshalb hier, weil ich das ganze Jahr schon starken Husten habe. So wie Hustenanfälle bekomme ich. Auslöser sind auch Dieselmotoren, die Feinstaub und Stickoxide ausstoßen. Die Manipulation der Motoren ist, so Experten, ein Verbrechen an Umwelt und Gesundheit. Wir haben insgesamt ja umweltbedingte Schadstoffe, die wir alle einatmen. Und dazu gehören die Stickstoffexide als besonders bekannter und vor allen Dingen auch sehr abträglicher Schadstoff, der in der Lunge auf Dauer zu Veränderungen führt, die dann zu chronisch-obstruktiven Atemwegserkrankungen führt, auch COPD genannt. Im Jahr 2009 spielt diese Gefahr für VW wohl keine große Rolle. VW will schließlich Weltmarktführer werden, braucht Erfolg in den USA. Die Autoshow in Detroit. Hier will VW angreifen. Und buhlt mit dem Clean Diesel, dem sauberen Dieselmotor. Per Skype bejubelt ein Konzernmanager die Innovation made in Germany. Wir bekommen super Reaktionen von den Journalisten, die unsere Dieselautos gefahren sind. Und als nächstes werden wir den A3 Sportsback einführen, mit der Clean Diesel-Technologie. Alles sauber. Dabei ist die Software, mit der VW die Welt betrügt, längst eingebaut. Das Absurde? Jeder hätte wissen können, dass der Konzern trickst und täuscht. Die Medien haben ja jahrelang darüber berichtet, dass unter anderem auch Volkswagen angeblich Betrügereien macht beim Spritverbrauch und bei den Umweltdaten. Ich meine, das hätten doch auch mal die obersten Manager und die Aufsichtsräte in diesem Unternehmen bemerken müssen. Aber diese Jubelstimmung hat eben dazu geführt, dass sich das Unternehmen immer mehr mit sich selber beschäftigt hat. Auch im Schicksalsjahr 2005 ist VW hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt. Der Sportwagenhersteller Porsche aus Stuttgart will beim 15-mal größeren Volkswagen-Konzern einsteigen, ihn später übernehmen. Ein denkwürdiger Plan des damaligen Porsche-Chefs Wiedeking, abgesegnet von den Porsche-Eigentümern, den Familien Pirch und Porsche. Porsche stieg ja anfangs mit 20 Prozent ein und dann immer ein bisschen mehr. Und mit jedem Prozent, was Porsche mehr erwarb, wuchs dann zuerst, sag ich mal, die Zuversicht und später auch der Größenwahn. Plötzlich ändert Ferdinand Pirch seine Strategie. Er ist damals sowohl im Aufsichtsrat von Porsche wie auch Chefaufseher von VW. Die Stuttgarter um seinen Cousin Wolfgang Porsche werden ihm offenbar zu mächtig. Herr Porsche, will es heute einen Machtkampf geben bei der Hauptversammlung? Werden wir sehen. Ich glaube nicht. Glauben Sie, dass Porsche gewinnen kann? Es gibt keine Gewinner. Ferdinand Pirch und Wolfgang Porsche. Ihren Familien gehört der größte Teil der VW-Aktien. Mal sind die beiden Cousins Verbündete, mal Konkurrenten. Ihr gemeinsamer Großvater ist der legendäre Firmengründer Ferdinand Porsche. Viel mehr haben sie nicht gemeinsam. Wolfgang Porsche wächst wohlbehütet in der Familie auf. Papa Ferry prägt als Konstrukteur das Design vieler bekannter Porsche-Modelle. Die Magie der Motoren bleibt seinem Sohn Wolfgang eher fremd. Der geht zur Waldorfschule und liebt Kunst und Musik. Cousin Ferdinand Pirch erlebt eine ganz andere Kindheit. Mit 15 Jahren stirbt sein Vater. Er muss in ein Internat in der Schweiz. Elitär und streng. Das prägt. Was er sich in den Kopf setzt, schafft er. Also ich muss sagen, er ist sicherlich meiner Ansicht nach der Einzige in der Familie, der eine Durchsetzungskraft hat. Ferdinand Pirch wird ein begnadeter Ingenieur. Der Porsche 917 wird sein Meisterstück. Damit können wir eben in die Klasse über drei Liter vorrücken und haben damit eine wesentlich bessere Waffe für ein Gesamtklassement in Le Mans. Waffen, Wettkampf, Angreifen. Pirch wagt viel und gewinnt. Zweimal triumphiert sein Auto in Le Mans. Dann der große Sprung nach oben. 1988 wird Pirch Vorstandschef der VW-Tochter Audi. Mit ihm an der Spitze wird Audi zum Premiumhersteller. Und es ist eine Zeit, die auch den Mutterkonzern VW prägen wird. Denn Pirch entwickelt bei Audi einen neuartigen Dieselmotor. Schon damals an Pirchs Seite sein Schützling Martin Winterkorn. Es heißt, die beiden kennen jede Schraube in den Fahrzeugen. Sie machen gemeinsam Karriere. Winterkorn ist sicherlich ganz, ganz stark von Pirch geprägt worden. Das war sein großes Vorbild. Man kann nicht sagen Vaterersatz, aber in die Richtung geht es fast schon. Es entstand schon der Eindruck, dass er 100% das macht, was ihm Pirch sagt. Nach Audi erobert Pirch auch VW, den Mutterkonzern. Die Ausgangslage ist Anfang der 90er Jahre heikel. Schwacher Absatz, hohe Kosten. Der neue Vorstandschef führt eine andere Kultur in Wolfsburg ein. Kampf, notfalls am Rande der Legalität. Darf ich die Vorstandssitzung eröffnen? Und er kauft sich eine neue Waffe. Von General Motors wirbt er, reichlich ruppig, den Chefeinkäufer José Ignacio López ab. Der gilt als beinharter Modernisierer. GM verklagt VW wegen Industrie-Spionage. Immer wenn es um Krieg geht, sind am Ende weniger vorhanden. Und es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht, mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger zu sein. Doch Pirch verliert. Die Schlacht um den Klau von Betriebsgeheimnissen kostet VW über eine Milliarde Dollar. Lange vor dem Abgasskandal. Die Parallele der beiden Skandale ist nicht zufällig, dass es beides mal um die USA geht. Dass beides mal falsch eingeschätzt wird, wie in den USA Behörden, Justizministerium reagieren auf Dinge, die in Wolfsburg oder in Deutschland geschehen. Das ist kein Zufall. Volkswagen versteht den US-Markt nicht. Die harte Pirch-Kultur ist Cousin Wolfgang Porsche lange Zeit fremd. Er macht als Stammgast der High Society von sich reden. Wie oft wart ihr, also ich darf erst mal vorstellen, Susanne Porsche, Dr. Wolfgang Porsche, wie oft wart ihr schon hier am Opernball in Wien? Zusammen. Zusammen. Fünf, sechs Mal. Fünf, sechs Mal und alleine? Vorher? War ich sicher elf Mal. Für Ferdinand Pirch dagegen scheint Kampf der natürliche Zustand zu sein. Aber auch sein sanfter Cousin Wolfgang wird mit den Jahren angriffslustig. Die Übernahmeschlacht zwischen VW und Porsche entwickelt sich zu einem Kampf zwischen Verwandten. Ich glaube, dass die Spannung mehr bei Porsche als bei PX ist, weil die PX letztlich ein bisschen mehr Erfolg hatten als die Porsches. Und dadurch ein bisschen eine Rivalität war. Ich kann mir vorstellen, dass die Porsches lieber da oben am Aufsichtsrat in Wolfsburg gewesen wären. Und das habe ich ja probiert. 2008 der Frontalangriff. Die Porsches unter ihrem Chef Wendelin Wiedeking wollen die Mehrheit von Volkswagen. In Wolfsburg bekommen sie es bei so viel Kraftmeierei mit der Angst zu tun. Niemand, und das sage ich ganz bewusst, niemand wird uns mehr aufhalten und daran hindern, die nächsten Schritte zu gehen, sofern wir das denn wollen. Zunächst profitiert auch VW. Die Aktie rast in schwindelerregende Höhe. Im Oktober 2008 ist VW knapp 300 Milliarden Euro wert. Ergebnis einer Manipulation? Doch dann der Crash. Noch heute beschäftigt der spektakuläre Porsche-Poker die Gerichte. Rechtsanwalt Andreas Tilb vertritt geschädigte Aktionäre und pocht auf Schadensersatz. Es scheint uns, dass sowohl Porsche als auch die Volkswagen AG seit Jahren eigentlich agieren, als ob sie wie eine kleine Glitsche geführt werden. Es sind Weltkonzerne, aber es sind familiengeführte Unternehmen, die Entscheidungen treffen, die Gesetze aus unserer Sicht bewusst mit Füßen treten. Damals triumphiert Piech gegen die Porsches. Die hatten sich verzockt und auch nicht mit der Finanzkrise gerechnet. Am Ende wird Porsche von VW gerettet. Eine Demütigung für Cousin Wolfgang Porsche. Und verlassen Sie sich auf mich. Der Mythos Porsche lebt und wird nie untergehen. Danke. An dem Punkt drehten sich die Machtverhältnisse wiederum. Wolfgang Porsche stand plötzlich als Verlierer da und Ferdinand Piech als der Gewinner. Die gescheiterte Übernahme beschäftigt die Justiz bis heute. Ex-Manager Wendelin Wiedeking muss sich noch in diesen Tagen wegen des Verdachts der Marktmanipulation vor Gericht verantworten. Piech und Porsche stehen nicht vor Gericht. Im Gegenteil. Ihr Kampf hat beiden Familien sogar die Mehrheit am VW-Imperium beschert. Man muss sich vorstellen, dieses Unternehmen ist heute in der Hand dieser Doppelfamilie und mit über 600.000 Beschäftigten und einem gigantischen Umsatz eben das größte Familienunternehmen zumindest in Europa, wenn nicht gar weltweit. Doch in diesem Unternehmen tickt eine Bombe. Abseits der Übernahmeschlacht hat VW handfeste Probleme beim Kerngeschäft, beim Autobauen. Die Abgaswerte der Dieselmotoren sind zu hoch. Die Zulassung in den USA ist in Gefahr und damit das Ziel Weltmarktführer. Da kommt VW die rettende Idee. Eine Software, die Abgaswerte manipuliert. Eine Sache ist ganz klar. Die haben in einer bestimmten Situation eine Entscheidung getroffen, die nicht rechtlich in Ordnung ist. Und diese Entscheidung ist sicher über mehrere Gremien besprochen, beraten und auch so verabschiedet worden. Und die Personen, die involviert sind, haben dann natürlich dadurch bestimmte Verfehlungen begangen. Wer trägt die Verantwortung? Schnell fällt der Verdacht auf Ulrich Hackenberg. Zuletzt bei Audi, vorher Entwicklungschef bei VW. Zuständig auch für den Golf. Der Golf ist sicherlich das wichtigste Fahrzeug der Marke. Vielleicht auch das wichtigste des Konzerns, schon alleine aufgrund der Riesenstückzahl. Und es ist ein Fahrzeug, das nicht nur in Europa, in Deutschland einen guten Ruf hat, sondern weltweit. Damit hat er natürlich auch Riesenansprüche zu erfüllen. Er muss von den Eigenschaften top sein. Man muss halt sehen, dass man in Summe etwas Großes schafft. Genau das war das Problem. Ulrich Hackenberg verweigert für diesen Film ein Interview. Es heißt, er fühle sich unschuldig. Wenn da verbotene Software eingesetzt wird, ist natürlich der Entwicklungsvorstand dafür verantwortlich. Ob er jetzt genau wusste, wie die Software ist und ob sie verboten ist oder gerade noch legal, aber am Rande des Erlaubten, das ist völlig nebensächlich. Er ist selbstverständlich verantwortlich dafür, genauso wie Herr Winterkorn für einen Skandal dieses Ausmaßes selbstverständlich persönlich auch verantwortlich ist, selbst wenn er es erst spät oder gar nicht erfahren hat. Auch Martin Winterkorn schweigt öffentlich zu den Vorwürfen. Was hat er zu verantworten? Was Ferdinand Pirch? Die beiden, die die Kultur des Konzerns jahrzehntelang prägten und von denen es hieß, sie würden jede Schraube kennen. Der Dr. Pirch und ich arbeiten mittlerweile seit fast 30 Jahren zusammen. Ich war damals Qualitätsmann, er war Entwicklungschef. Und Sie wissen ja, der Dr. Pirch war schon immer jemand, der Innovationen ganz oben gesehen hat. Und wir beide haben vereinbart, er macht die Innovationen und ich sichere die ab. Was waren das für Innovationen, die der eine aushackt und der andere absichert? Von der manipulierten Abgassoftware wollen weder Winterkorn noch Pirch etwas gewusst haben. In den USA wird der Skandal mit der illegalen Software-VW wohl Milliarden kosten. In knapp 500.000 Fahrzeugen ist dort die Schummelsoftware verbaut. Viele betroffene Kunden, wie Ari Levin, haben sich einen Anwalt genommen. Einen wie Jay Rice. Volkswagen brauchte eine neue Nische auf dem US-Markt. Und dann kamen sie mit diesem, in Anführungszeichen, Clean-Diesel-Motor. Wenn Sie mich fragen, hing die gesamte US-Strategie einzig und allein vom Erfolg dieses Clean-Diesel ab. Überall in den USA sammeln Anwälte in diesen Wochen Mandanten mit einem Clean-Diesel-VW. Und blasen zum Großangriff. Anders als in Deutschland müssen Kunden nicht einzeln gegen VW klagen. In den USA gibt es die Möglichkeit der Sammelklage. Im ganzen Land gibt es jetzt schon 200 Prozesse, hunderte Kläger. Und so eine Sammelklage würde alle 500.000 betroffenen VW-Besitzer vertreten. Alle auf einmal, in einem Prozess. Und das Urteil gilt dann für alle. Das ist der große Vorteil. Wird Pirch auch diesmal ungeschoren davon kommen? Ebenso Winterkorn? Die beiden Machtmenschen, die immer auch detailversessene Ingenieure geblieben sind. Wie etwa dieses Amateur-Video von 2011 zeigt. VW-Chef Winterkorn in einem Fahrzeug des Konkurrenten Hyundai. Ein Chef, der alles wissen will. Einer, der nachmisst. Ein Kontrollfreak. Er hat Benzin im Blut. Und bis heute ist er ein akribischer Materialprüfer. Präzision über alles. Der Dresdner St. Georgs Orden, der Semper Oper, geht an Professor Doktor Martin Winterkorn. Martin Winterkorn lässt sich als genialen Ingenieur feiern. Währenddessen tickt die Bombe im Konzern weiter. Aber sie explodiert noch nicht. Deutsche Prüfer können oder wollen der Software-Manipulation nicht auf die Spur kommen. Sie testen nur im Labor. Es wird natürlich nach den gesetzlichen Vorgaben untersucht. Und auf der Rolle zeichnen sich diese Fahrzeuge dadurch aus, dass sie die Grenzwerte einhalten. Die Amerikaner haben ja offenbar dann anders getestet. Offensichtlich hat es in Amerika andere Versuche der Tests gegeben, ja. Die Amerikaner schauen genauer hin als die Deutschen. Etwa an der Universität West Virginia. Die Tester sind nicht so blauäugig wie ihre Kollegen in Germany. Sie testen Autos auch auf der Straße. Und vergleichen die Ergebnisse dann mit den Werten, die unter Laborbedingungen entstehen. Das hatte in Deutschland niemand gewagt. Die Autolobby ist offenbar zu mächtig. Hier, in West Virginia, gerät im Frühjahr 2014 die VW-Welt aus den Fugen. Wir haben einen erheblich abweichenden Wert gemessen bei unseren Tests auf der Straße. Wir wussten, dieses Auto zeigt ein irgendwie anderes Verhalten. Wir brauchten eine lange Zeit, die Daten nochmal anzuschauen, nochmal durchzurechnen und nochmal durchzurechnen. Alle Instrumente, wir haben sie zurückgebracht auf unseren Prüfständen noch getestet, ob nicht etwas mit den Prüfinstrumenten falsch war. Im Frühjahr 2014 melden die Prüfer ihre alarmierenden Ergebnisse an VW und erwarten, dass der Riese in Deutschland reagiert. Wir dachten, okay, die reparieren das und wir haben nie mehr was darüber gehört. Wolfsburg igelt sich ein. Die, die Bescheid wissen, halten dicht. Monate, vielleicht Jahre lang. Nichts dringt nach draußen von über 11 Millionen manipulierten Fahrzeugen. Von geschönten Stickoxid und, wie sich später herausstellt, auch CO2-Werten. Vorstände und Aufsichtsräte sind angeblich nicht informiert. Die Zeche zahlen auch Menschen wie Kai Dünnschede. Für den Kleinunternehmer ist das alles nicht bloß eine Abgasaffäre, sondern ein persönliches Desaster. Im April 2015 hat er VW-Aktien gekauft. Fürs Alter. Das Risiko schien kalkulierbar. Ich sehe mich eigentlich nicht als Börsenspekulant. Ich bin ja als Unternehmer tätig und muss mich dementsprechend selbst um meine Altersvorsorge kümmern. Und sehe bei der aktuellen Zinssituation in Deutschland keine große Alternative zu Aktienanlagen. Und ich habe mich echt für Volkswagen entschieden, weil das eigentlich ein konservatives, langweiliges, teilweise im Staatsvorsitz befindliches Unternehmen ist. Weil ich da einfach gedacht habe, da kannst du nicht viel mit verkehrt machen. Dünnschede kauft VW-Aktien im April 2015 für knapp 100.000 Euro. Nach Bekanntwerden des Skandals bricht der Kurs ein. Dünnschede verliert fast 50.000 Euro. Er will VW verklagen. Ich bin sehr verärgert, dass das passiert ist. Ich fühle mich von denen betrogen, weil die wussten 2014 schon, dass eine nicht ganz zahnlose Behörde gegen sie ermittelt. Und haben das einfach mal unter den Teppich gekehrt. Hätte ich das zu dem Zeitpunkt gewusst, im April diesen Jahres, hätte ich die Aktien von VW nicht gekauft. Man hätte sehr schnell, insbesondere gegenüber den amerikanischen Behörden, rein Wein einschenken sollen, was nicht geschehen ist. Und letztlich dann natürlich auch innerhalb des Unternehmens, auch gegenüber der Öffentlichkeit, offensiv kommunizieren sollen. Stattdessen macht VW weiter. Noch im Jahr 2015 bewirbt VW seinen Diesel in den USA und täuscht Kunden wie Anleger. Wer wusste was, wann? Und hat geschwiegen. Es geht um Milliarden. Rechtsanwalt Tilp ist sicher, die Klagen der Anleger werden Erfolg haben. Zulassungsdokumente für den VW Jetter verbieten ja einen Defeat-Device. Mit der Schummelsoftware verstößt VW wissentlich gegen US-Bestimmungen. Spätestens seit 2008. Wir wissen definitiv und deswegen haben wir auch die erste Aktionärsklage in Deutschland eingereicht, dass VW den Kapitalmarkt über die Milliardenrisiken viel zu spät informiert hat. Wir meinen bereits seit Juni 2008, jedenfalls aber seit Mai 2014, denn da wusste VW, dass der Betrug quasi aufgeflogen ist. VW aber befasst sich lieber weiter mit sich selbst. Im April 2015 trifft sich der Aufsichtsrat. Heimlich. In einem VW-eigenen Konferenzraum am Flughafen Braunschweig. Nicht wegen der Abgasaffäre. Es geht um das nächste Machtspiel. Also Herr Pirch war schon längere Zeit skeptisch darüber, wie Herr Winterkorn den Konzern führt. Er hat schon lange, lange kritisiert, dass in den USA die falschen Modelle auf dem Markt sind, dass man diesen Markt nicht versteht. Und er war eigentlich dafür, dass Herr Winterkorn nicht mehr verlängert wird, sondern sogar möglicherweise vorzeitig abgelöst wird. Er hat das dann in einem Satz, den er dem Spiegel sagte, öffentlich gemacht auch, in dem er sich zitieren lässt, nämlich ich bin auf Distanz zu Winterkorn. Es gab bekanntlich, das wissen Sie, Äußerungen über den Vorstandsvorsitzenden, die so von der Mehrheit im Präsidium, im Aufsichtsrat nicht getragen wurden. Und da der Versuch, doch noch zu einer Einigung zu kommen, nicht gelungen ist, musste eine andere Klärung herbeigeführt werden. Und das ist auch geschehen. Das ist eine freundliche, diplomatische, politische Umschreibung. Das war das Machtkampf. Das war eine Auseinandersetzung. Überraschend gewinnt Martin Winterkorn. Gestützt von den Betriebsräten und den Vertretern der Landesregierung im Aufsichtsrat bleibt er Vorstandschef. VW-Patron Piech muss eine bittere Niederlage einstecken. Zu den Schwachpunkten von Ferdinand Piech gehört es eben auch, dass er das ganze System Volkswagen Wolfsburg, dass er das nicht angetastet hat. Er hat hier nicht sonderlich reformiert und er hat eher einen großen Bogen um die Gewerkschaften und Betriebsräte gemacht. Und das Problem Wolfsburg ist heute noch im Raum, ist heute noch ungelöst. Das Problem Wolfsburg, das ist die große Macht von Igelmetall und Betriebsräten im Aufsichtsrat. Bei wichtigen Entscheidungen haben die Arbeitnehmeraufsichtsräte Vetorechte. Eine neutrale Kontrolle der Manager fällt schwer, die Interessen verschwimmen. Der Betriebsrat in Volkswagen versteht sich immer als Co-Manager, auch wenn er das abstreitet. Er greift ein in Unternehmensentscheidungen, in Managemententscheidungen. Das kann man verstehen. Das ist der Versuch der Arbeitnehmer, Arbeitsplätze zu sichern, wenn sie dafür sorgen wollen, dass Modelle hier in Deutschland gebaut werden. Der Betriebsrat hat im Aufsichtsrat von VW einen starken Verbündeten. Das Land Niedersachsen. Noch als Ministerpräsident mimt Sigmar Gabriel den Arbeiterführer. Niedersachsen ist mit 20 Prozent zweitgrößter VW-Aktionär. Das Land hat ein Vetorecht bei allen wichtigen Entscheidungen. Jeder Ministerpräsident ist so auch Automanager. Wenn man sich die Entwicklung von Volkswagen insgesamt anschaut, diesen Aufstieg von einem bescheidenen Automobilbauer aus der norddeutschen Tiefebene zu einem Weltkonzern, dann kann man eigentlich sagen, so schlecht kann dieses Rezept nicht gewesen sein. Diese Struktur hat eine überragende Unternehmensentwicklung, nach meiner Überzeugung nicht behindert, sondern befördert. Wir sehen allerdings, das schützt nicht vor schwerwiegenden Fehlentwicklungen. Spätsommer 2015. In den USA tickt die VW-Bombe immer lauter. Das Management ist von den US-Behörden längst informiert worden. Über manipulierte Abgaswerte und Ermittlungen gegen den Konzern. Doch die Show geht weiter. Sind der VW-Chef, seine Vorstände, die Aufsichtsräte wirklich ahnungslos? Noch einen Tag vor Bekanntwerden des Skandals, auf der Frankfurter IAA, lassen sie sich nichts anmerken. Technologische Führerschaft definiert sich nicht mehr nur über PS und Drehmoment. Der Spaß am sparsamen, emissionsfreien Fahren, die Freude an der Vernetzung, die das Auto zum Teil des digitalen Lebens macht, die großartigen Möglichkeiten des automatisierten Fahrens, das, meine Damen und Herren, ist die Währung der kommenden Jahre. Es ist der letzte Applaus für Martin Winterkorn als Vorstandschef. Der Glaubwürdigkeitsverlust in die Währung. Mit einem Computerprogramm, die Abgaswerte bei Dieselwagen manipuliert zu haben. Am 18. September fliegt der Skandal auf. VW hat die ganze Welt getäuscht. Über Jahre. Ich entschuldige mich in aller Form bei unseren Kunden, bei den Behörden und der gesamten Öffentlichkeit für das Vielverhalten. Das Timing könnte nicht schlechter sein. Fast zeitgleich präsentiert VW in New York einen neuen Passat. Doch German Engineering, deutsche Wertarbeit, ist jetzt ein Schimpfwort. Michael Horn, dem Amerika-Chef von VW, ist die Show jetzt peinlich. Lassen Sie mich das klipp und klar sagen. Unser Unternehmen war unehrlich, zu Ihnen allen. Wir haben total versagt. VW muss handeln. Der Aufsichtsrat wählt einen neuen Vorsitzenden. Doch der neue ist ein alter. Hans-Dieter Pötzsch. Seit zwölf Jahren im Unternehmen. Als Finanzvorstand hätte er Anleger eigentlich früher über die Vorwürfe informieren sollen. Kaum zu glauben. Auch er will nichts gewusst haben. Im Namen aller Mitglieder darf ich eingangs sagen, wir danken Herrn Pötzsch sehr, dass er sich in schwierigen Zeiten bereit erklärt hat, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen. Ich will und ich werde meinen Beitrag leisten, damit das Vertrauen von Kunden, Öffentlichkeit, Anlegern und Geschäftspartnern in Volkswagen wieder wachsen kann. Ich glaube, es ist im Sinne der Handlungsfähigkeit und der Integrationsfähigkeit des Konzerns gut, wenn an der Spitze des Aufsichtsrats jemand steht, der eine längere Erfahrung in diesem Konzern hat und die er auch mit einbringen kann. Wie kann man einen bisherigen Vorstand zum Aufsichtsratvorsitzenden machen, in einer Zeit, in der Milliarden und zig Milliarden Strafen in den USA drohen, gibt es nur eine vernünftige Reaktion. Man hat neue Besen zum Kehren bereitzustellen und nicht die alten Besen. Doch VW bringt noch einen alten in Stellung. Matthias Müller, langjähriger Chef der VW-Tochter Porsche. Eng vernetzt mit den Familien Porsche und Pirch. Er wird im September 2015 neuer VW-Vorstandschef und gibt sich als Mann mit weißer Weste. Von der Abgasmanipulation hat auch er nichts gewusst, sagt er. Gewerkschafter und Politiker trauen ihm. Die Show geht weiter. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir aus dieser Krise schadlos herauskommen werden. Schadlos heißt, dass dieses Unternehmen in absehbarer Zeit noch erfolgreicher wird als in der Vergangenheit. Der Abgasskandal bei Volkswagen weitet sich aus. Another 800.000 Vehicles. Volkswagen gerät in Abgasaffäre immer weiter unter Druck. ... Unregelmäßigkeiten beim CO2-Ausstoß. Schummeln beim Benzinmotor. Defekte Bremsen. Und auch Porsche gerät öffentlich ins Visier der Ermittler. Mal wieder nicht in Deutschland, sondern in den USA. Bislang galt Porsche als unbelastet. Plötzlich steht auch der neue starke Mann, Ex-Porsche-Chef Matthias Müller, in Verdacht, in den Abgas-Skandal verwickelt zu sein. Denn die amerikanische Umweltbehörde wirft auch Porsche Manipulationen vor. Der Mutterkonzern VW dementiert und bleibt auf Tauchstation. Müller sagt ein fest vereinbartes Interview für diesen Film kurzfristig ab. Kritischen Fragen will er offenbar aus dem Weg gehen. So bleibt ein Verdacht. Es wäre eine nicht leicht zu erklärende Situation, wenn nachdem eine Manipulation aufgedeckt worden ist, man in einer intensiven Zusammenarbeit sich befindet, um das Problem aufzuarbeiten, dann eine weitere Manipulation auftritt, von der man nicht informiert worden ist. Wir gehen momentan davon aus, dass sich dies schnell aufklären wird. Aber das trifft bei, glaube ich, jedem Fall von Schäden zu. Wenn Folgeschäden auftreten, über die nicht offen gesprochen wird, dann wiegen die doppelt schwer. Von diesem ach so freundlichen Verkehrsminister hat VW nicht viel zu befürchten. Deutsche Behörden haben in der Vergangenheit nichts zur Aufklärung beigetragen. Mehr Gegenwind bekommt VW in den USA. Politik und VW sind hier nicht so eng verzahnt. VW gilt hier jetzt als Konzern mit tollen Autos und viel krimineller Energie. VW versucht in den USA weiszumachen, dass das ein paar einfache Ingenieure waren. Das ist Unsinn. Entweder ihr ganzer Konzern ist inkompetent, und das glaube ich keine Sekunde, oder aber es gibt Komplizen, und zwar ganz oben. Es klingt, als hätte alles korrigiert werden können. Warum hat Volkswagen das anfangs nicht gleichgetan? Das ist eine gute Frage. Was werden Sie im Knast lesen? Können Sie nachts noch schlafen? Was sind Sie bei VW nur für Menschen, so wie Sie wissentlich den Planeten verpesten? Ich versuche, so gut wie möglich damit klarzukommen, und ich schlafe nachts nicht. Wir, dieses Unternehmen, muss verdammt nochmal daraus lernen und gemeinsam daraus kommen. Für VW ist der Vorfall bereits jetzt ein Desaster. Es ist der letzte Applaus für Martin Winterkorn als Vorfall. Vorstandschef. Volkswagen-Shares are plunging this morning after the company admitted to cheating on US air pollution tests are in the world. The EPA says Volkswagen installed software on diesel cars that turns off emissions. Mit einem Computerprogramm, die Abgaswerte bei Dieselwagen manipuliert zu haben. Es ist ein Abgaswert von Dieselfahrzeug mit der Computer-Sauber manipuliert zu haben. Volkswagen has temporarily halted the sale of many of its diesel cars. Am 18. September fliegt der Skandal auf. VW hat die ganze Welt getäuscht. Über Jahre. Ich entschuldige mich in aller Form bei unseren Kunden, bei den Behörden und der gesamten Öffentlichkeit für das Fehlverhalten. Das Timing könnte nicht schlechter sein. Fast zeitgleich präsentiert VW in New York einen neuen Passat. Doch German Engineering, deutsche Wertarbeit, ist jetzt ein Schimpfwort. Michael Horn, dem Amerika-Chef von VW, ist die Show jetzt peinlich. Lassen Sie mich das klipp und klar sagen. Unser Unternehmen war unehrlich, zu Ihnen allen. Wir haben total versagt. VW muss handeln. Der Aufsichtsrat wählt einen neuen Vorsitzenden. Doch der Neue ist ein Alter. Hans-Dieter Pötzsch, seit zwölf Jahren im Unternehmen. Als Finanzvorstand hätte er Anleger eigentlich früher über die Vorwürfe informieren sollen. Kaum zu glauben. Auch er will nichts gewusst haben. Im Namen aller Mitglieder darf ich eingangs sagen, wir danken Herrn Pötzsch sehr, dass er sich in schwierigen Zeiten bereit erklärt hat, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen. Ich will und ich werde meinen Beitrag leisten, damit das Vertrauen von Kunden, Öffentlichkeit, Anlegern und Geschäftspartnern in Volkswagen wieder wachsen kann. Ich glaube, es ist im Sinne der Handlungsfähigkeit und der Integrationsfähigkeit des Konzerns gut, wenn an der Spitze des Aufsichtsrats jemand steht, der eine längere Erfahrung in diesem Konzern hat und die auch mit einbringen kann. Wie kann man einen bisherigen Vorstand zum Aufsichtsratvorsitzenden machen? In einer Zeit, in der Milliarden und zig Milliarden Strafen in den USA drohen, gibt es nur eine vernünftige Reaktion. Man hat neue Besen zum Kehren bereitzustellen und nicht die alten Besen. Doch VW bringt noch einen alten in Stellung. Matthias Müller, langjähriger Chef der VW-Tochter Porsche. Eng vernetzt mit den Familien Porsche und Pirch. Er wird im September 2015 neuer VW-Vorstandschef und gibt sich als Mann mit weißer Weste. Von der Abgasmanipulation hat auch er nichts gewusst, sagt er. Gewerkschafter und Politiker trauen ihm. Die Show geht weiter. Im Jahr 2015 bewirbt VW seinen Diesel in den USA und täuscht Kunden wie Anleger. Wer wusste was, wann und hat geschwiegen? Es geht um Milliarden. Rechtsanwalt Tilp ist sicher, die Klagen der Anleger werden Erfolg haben. Zulassungsdokumente für den VW-Jetter verbieten ja einen Defeat-Device. Mit der Schummelsoftware verstößt VW wissentlich gegen US-Bestimmungen. Spätestens seit 2008. Wir wissen definitiv und deswegen haben wir auch die erste Aktionärsklage in Deutschland eingereicht, dass VW den Kapitalmarkt über die Milliardenrisiken viel zu spät informiert hat. Wir meinen bereits seit Juni 2008, jedenfalls aber seit Mai 2014, denn da wusste VW, dass der Betrug quasi aufgeflogen ist. VW aber befasst sich lieber weiter mit sich selbst. Im April 2015 trifft sich der Aufsichtsrat. Heimlich. In einem VW-eigenen Konferenzraum am Flughafen Braunschweig. Nicht wegen der Abgasaffäre. Es geht um das nächste Machtspiel. Also Herr Pirch war schon längere Zeit skeptisch darüber, wie Herr Winterkorn den Konzern führt. Er hat schon lange, lange kritisiert, dass in den USA die falschen Modelle auf dem Markt sind, dass man diesen Markt nicht versteht. Und er war eigentlich dafür, dass Herr Winterkorn nicht mehr verlängert wird, sondern sogar möglicherweise vorzeitig abgelöst wird. Er hat das dann in einem Satz, den er dem Spiegel sagte, öffentlich gemacht auch, in dem er sich zitieren ließ, nämlich ich bin auf Distanz zu Winterkorn. Es gab, bekanntlich, das wissen Sie, Äußerungen über den Vorstandsvorsitzenden, die so von der Mehrheit im Präsidium, im Aufsichtsrat nicht getragen wurden. Und da der Versuch, doch noch zu einer Einigung zu kommen, nicht gelungen ist, musste eine andere Klärung herbeigeführt werden. Und das ist auch geschehen. Das ist eine freundliche, diplomatische, politische Umschreibung. Das war das Machtkampf. Das war eine Auseinandersetzung. Überraschend gewinnt Martin Winterkorn. Gestützt von den Betriebsräten und den Vertretern der Landesregierung im Aufsichtsrat, bleibt er Vorstandschef. VW-Patron Piech muss eine bittere Niederlage einstecken. Zu den Schwachpunkten von Ferdinand Piech gehört es eben auch, dass er das ganze System Volkswagen Wolfsburg, dass er das nicht angetastet hat. Er hat hier nicht sonderlich reformiert und er hat eher einen großen Bogen um die Gewerkschaften und Betriebsräte gemacht. Und das Problem Wolfsburg ist heute noch im Raum, ist heute noch ungelöst. Ich bin Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht, mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger zu sein. Doch Piech verliert. Die Schlacht um den Klau von Betriebsgeheimnissen kostet VW über eine Milliarde Dollar. Lange vor dem Abgasskandal. Die Parallele der beiden Skandale ist nicht zufällig, dass es beides mal um die USA geht. Dass beides mal falsch eingeschätzt wird, wie in den USA Behörden, Justizministerium reagieren auf Dinge, die in Wolfsburg oder in Deutschland geschehen. Das ist kein Zufall. Volkswagen versteht den US-Markt nicht. Die harte Piech-Kultur ist Cousin Wolfgang Porsche lange Zeit fremd. Er macht als Stammgast der High Society von sich reden. Wie oft wart ihr, also ich darf erst mal vorstellen, Susanne Porsche, Dr. Wolfgang Porsche, wie oft wart ihr schon hier am Opernball in Wien? Zusammen. Zusammen. Fünf, sechs Mal. Fünf, sechs Mal und alleine? Vorher? War ich sicher elf Mal. Für Ferdinand Piech dagegen scheint Kampf der natürliche Zustand zu sein. Aber auch sein sanfter Cousin Wolfgang wird mit den Jahren angriffslustig. Die Übernahmeschlacht zwischen VW und Porsche entwickelt sich zu einem Kampf zwischen Verwandten. Ich glaube, dass die Spannung mehr bei Porsche als bei Piechs ist, weil die Piechs letztlich ein bisschen mehr Erfolg hatten als die Porsches. Und dadurch ein bisschen eine Rivalität war. Ich kann mir vorstellen, dass die Porsches lieber da oben am Aufsichtsrat in Wolfsburg gewesen wären. Und das haben sie ja probiert. 2008 der Frontalangriff. Die Porsches unter ihrem Chef Wendelin Wiedeking wollen die Mehrheit von Volkswagen. In Wolfsburg bekommen sie es bei so viel Kraftmeierei mit der Angst zu tun. Niemand, und das sage ich ganz bewusst, niemand wird uns mehr aufhalten und daran hindern, die nächsten Schritte zu gehen, sofern wir das denn wollen. Zunächst profitiert auch VW. Die Aktie rast in schwindelerregende Höhe. Im Oktober 2008 ist VW knapp 300 Milliarden Euro wert. Ergebnis einer Manipulation? Doch dann der Crash. 117 wird sein Meisterstück. Damit können wir eben in die Klasse über drei Liter vorrücken und haben damit eine wesentlich bessere Waffe für ein Gesamtklassement in Le Mans. Waffen, Wettkampf, Angreifen. Piech wagt viel und gewinnt. Zweimal triumphiert sein Auto in Le Mans. Dann der große Sprung nach oben. 1988 wird Piech Vorstandschef der VW-Tochter Audi. Mit ihm an der Spitze wird Audi zum Premiumhersteller. Und es ist eine Zeit, die auch den Motorkonzern VW prägen wird. Denn Piech entwickelt bei Audi einen neuartigen Dieselmotor. Schon damals an Piechs Seite sein Schützling Martin Winterkorn. Es heißt, die beiden kennen jede Schraube in den Fahrzeugen. Sie machen gemeinsam Karriere. Winterkorn ist sicherlich ganz, ganz stark von Piech geprägt worden. Das war sein großes Vorbild. Man kann nicht sagen Vaterersatz, aber in die Richtung geht es fast schon. Es entstand schon der Eindruck, dass er 100 Prozent das macht, was ihm Piech sagt. Nach Audi erobert Piech auch VW, den Mutterkonzern. Die Ausgangslage ist Anfang der 90er Jahre heikel. Schwacher Absatz, hohe Kosten. Der neue Vorstandschef führt eine andere Kultur in Wolfsburg ein. Kampf, notfalls am Rande der Legalität. Darf ich die Vorstandssitzung eröffnen? Und er kauft sich eine neue Waffe. Von General Motors wirbt er, reichlich ruppig, den Chefeinkäufer José Ignacio López ab. Der gilt als beinharter Modernisierer. GM verklagt VW wegen Industrie-Spionage. Immer wenn es um Krieg geht, sind am Ende weniger vorhanden. Und es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht, mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger zu sein. Doch Piech verliert. Die Schlacht um den Klau von Betriebsgeheimnissen kostet VW über eine Milliarde Dollar. Lange vor dem Abgasskandal. Die Parallele der beiden Skandale ist nicht zufällig, dass es beides mal um die USA geht. Dass beides mal falsch eingeschätzt wird, wie in den USA Behörden, Justizministerium reagieren auf Dinge, die in Wolfsburg oder in Deutschland geschehen. Das ist kein Zufall. Das Problem Wolfsburg, das ist die große Macht von Igelmetall und Betriebsräten im Aufsichtsrat. Bei wichtigen Entscheidungen haben die Arbeitnehmeraufsichtsräte Veto-Rechte. Eine neutrale Kontrolle der Manager fällt schwer. Die Interessen verschwimmen. Der Betriebsrat in Volkswagen versteht sich immer als Co-Manager, auch wenn er das abstreitet. Er greift ein in Unternehmensentscheidungen, in Managemententscheidungen. Das kann man verstehen. Das ist der Versuch der Arbeitnehmer, Arbeitsplätze zu sichern, wenn sie dafür sorgen wollen, dass Modelle hier in Deutschland gebaut werden. Der Betriebsrat hat im Aufsichtsrat von VW einen starken Verbündeten. Das Land Niedersachsen. Noch als Ministerpräsident mimt Sigmar Gabriel den Arbeiterführer. Niedersachsen ist mit 20% zweitgrößter VW-Aktionär. Das Land hat ein Vetorecht bei allen wichtigen Entscheidungen. Jeder Ministerpräsident ist so auch Automanager. Wenn man sich die Entwicklung von Volkswagen insgesamt anschaut, diesen Aufstieg von einem bescheidenen Automobilbauer aus der norddeutschen Tiefebene zu einem Weltkonzern, dann kann man eigentlich sagen, so schlecht kann dieses Rezept nicht gewesen sein. Diese Struktur hat eine überragende Unternehmensentwicklung, nach meiner Überzeugung, nicht behindert, sondern befördert. Wir sehen allerdings, das schützt nicht vor schwerwiegenden Fehlentwicklungen. Spätsommer 2015. In den USA tickt die VW-Bombe immer lauter. Das Management ist von den US-Behörden längst informiert worden. Über manipulierte Abgaswerte und Ermittlungen gegen den Konzern. Doch die Show geht weiter. Sind der VW-Chef, seine Vorstände, die Aufsichtsräte wirklich ahnungslos? Noch einen Tag vor Bekanntwerden des Skandals, auf der Frankfurter IAA, lassen sie sich nichts anmerken. Please welcome, Chairman of the Board, Volkswagen. Technologische Führerschaft definiert sich nicht mehr nur über PS und Drehmoment. Der Spaß am sparsamen, emissionsfreien Fahren. Die Freude an der Vernetzung, die das Auto zum Teil des digitalen Lebens macht. Die großartigen Möglichkeiten des automatisierten Fahrens. Das, meine Damen und Herren, ist die Währung der kommenden Jahre. Es ist der letzte Applaus für Martin Winterkorn als Vorstandschef. Volkswagen-Shares are plunging this morning after the company admitted to cheating on US air pollution tests are. The EPA says Volkswagen installed software on diesel cars that turns off emissions. das Programm, die Abgaswerte bei Dieselwagen manipuliert zu haben. Abgaswert von Dieselfahrzeugen mit einer Computer-Software. VW knapp 300 Milliarden Euro wert. Ergebnis einer Manipulation? Doch dann der Crash. Noch heute beschäftigt der spektakuläre Porsche-Poker die Gerichte. Rechtsanwalt Andreas Tilp vertritt geschädigte Aktionäre und pocht auf Schadensersatz. Es scheint uns, dass sowohl Porsche als auch die Volkswagen AG seit Jahren eigentlich agieren, als ob sie wie eine kleine Glitsche geführt werden. Es sind Weltkonzerne, aber es sind familiengeführte Unternehmen, die Entscheidungen treffen, die Gesetze aus unserer Sicht bewusst mit Füßen treten. Damals triumphiert Piech gegen die Porsches. Die hatten sich verzockt und auch nicht mit der Finanzkrise gerechnet. Am Ende wird Porsche von VW gerettet. Eine Demütigung für Cousin Wolfgang Porsche. Und verlassen Sie sich auf mich. Der Mythos Porsche lebt und wird nie untergehen. Danke. An dem Punkt drehten sich die Machtverhältnisse wieder rum. Wolfgang Porsche stand plötzlich als Verlierer da und Ferdinand Piech als der Gewinner. Die gescheiterte Übernahme beschäftigt die Justiz bis heute. Ex-Manager Wendelin Wiedeking muss sich noch in diesen Tagen, wegen des Verdachts der Marktmanipulation vor Gericht verantworten. Piech und Porsche stehen nicht vor Gericht. Im Gegenteil. Ihr Kampf hat beiden Familien sogar die Mehrheit am VW-Imperium beschert. Man muss sich vorstellen, dieses Unternehmen ist heute in der Hand dieser Doppelfamilie und mit über 600.000 Beschäftigten und einem gigantischen Umsatz eben das größte Familienunternehmen zumindest in Europa, wenn nicht gar weltweit. Doch in diesem Unternehmen tickt eine Bombe. Abseits der Übernahmeschlacht hat VW handfeste Probleme beim Kerngeschäft, beim Autobauen. Die Abgaswerte der Dieselmotoren sind zu hoch. Die Zulassung in den USA ist in Gefahr und damit das Ziel Weltmarktführer. Da kommt VW die rettende Idee. Eine Software, die Abgaswerte manipuliert. Eine Sache ist ganz klar. Die haben in einer bestimmten Situation eine Entscheidung getroffen, die nicht rechtlich in Ordnung ist. Und diese Entscheidung ist sicher über mehrere Gremien besprochen, beraten und auch so verabschiedet worden. Und die Personen, die involviert sind, haben dann natürlich dadurch bestimmte Verfehlungen begangen. Wer trägt die Verantwortung? Ein Chef, der alles wissen will. Einer, der nachmisst. Ein Kontrollfreak. Er hat Benzin im Blut. Und bis heute ist er ein akribischer Materialprüfer. Präzision über alles. Der Dresdner Sankt Georgsorden, der Semperoper, geht an Professor Doktor Martin Winterkorn. Martin Winterkorn lässt sich als genialen Ingenieur feiern. Währenddessen tickt die Bombe im Konzern weiter. Aber sie explodiert noch nicht. Deutsche Prüfer können oder wollen der Software-Manipulation nicht auf die Spur kommen. Sie testen nur im Labor. Es wird natürlich nach den gesetzlichen Vorgaben untersucht. Und auf der Rolle zeichnen sich diese Fahrzeuge dadurch aus, dass sie die Grenzwerte einhalten. Die Amerikaner haben ja offenbar dann anders getestet. Offensichtlich hat es in Amerika andere Versuche der Tests gegeben, ja. Die Amerikaner schauen genauer hin als die Deutschen. Etwa an der Universität West Virginia. Die Tester sind nicht so blauäugig wie ihre Kollegen in Germany. Sie testen Autos auch auf der Straße. Und vergleichen die Ergebnisse dann mit den Werten, die unter Laborbedingungen entstehen. Das hatte in Deutschland niemand gewagt. Die Autolobby ist offenbar zu mächtig. Hier, in West Virginia, gerät im Frühjahr 2014 die VW-Welt aus den Fugen. Wir haben einen erheblich abweichenden Wert gemessen bei unseren Tests auf der Strasse. Wir wussten, dieses Auto zeigt ein irgendwie anderes Verhalten. Wir brauchten eine lange Zeit, die Daten nochmal anzuschauen, nochmal durchzurechnen und nochmal durchzurechnen. Alle Instrumente, wir haben sie zurückgebracht, auf unseren Prüfständen noch getestet, ob nicht etwas mit den Prüfinstrumenten falsch war. Im Frühjahr 2014 melden die Prüfer ihre alarmierenden Ergebnisse an VW und erwarten, dass der Riese in Deutschland reagiert. Wir dachten, okay, die reparieren das. Und wir haben nie mehr was darüber gehört. Wolfsburg igelt sich ein. Die, die Bescheid wissen, halten dicht. Monate, vielleicht Jahre lang. Nichts dringt nach draußen von über 11 Millionen manipulierten Fahrzeugen. Von geschönten Stickoxid und, wie sich später herausstellt, auch CO2-Werten. Vorstände und Aufsichtsräte sind angeblich nicht informiert. Glauben Sie, dass Porsche gewinnen kann? Es gibt keine Gewinner. Ferdinand Piech und Wolfgang Porsche. Ihren Familien gehört der größte Teil der VW-Aktien. Mal sind die beiden Cousins Verbündete, mal Konkurrenten. Ihr gemeinsamer Großvater ist der legendäre Firmengründer Ferdinand Porsche. Viel mehr haben sie nicht gemeinsam. Wolfgang Porsche wächst wohlbehütet in der Familie auf. Papa Ferry prägt als Konstrukteur das Design vieler bekannter Porsche-Modelle. Die Magie der Motoren bleibt seinem Sohn Wolfgang eher fremd. Der geht zur Waldorfschule und liebt Kunst und Musik. Cousin Ferdinand Piech erlebt eine ganz andere Kindheit. Mit 15 Jahren stirbt sein Vater. Er muss in ein Internat in der Schweiz, elitär und streng. Was er sich in den Kopf setzt, schafft er. Also ich muss sagen, er ist sicherlich meiner Ansicht nach der einzige in der Familie, der eine Durchsetzungskraft hat. Ferdinand Piech wird ein begnadeter Ingenieur. Der Porsche 917 wird sein Meisterstück. Damit können wir eben in die Klasse über drei Liter vorrücken und haben damit eine wesentlich bessere Waffe für ein Gesamtklassement in Le Mans. Waffen, Wettkampf, Angreifen. Piech wagt viel und gewinnt. Zweimal triumphiert sein Auto in Le Mans. Dann der große Sprung nach oben. 1988 wird Piech Vorstandschef der VW-Tochter Audi. Mit ihm an der Spitze wird Audi zum Premium-Hersteller. Und es ist eine Zeit, die auch den Mutterkonzern VW prägen wird. Denn Piech entwickelt bei Audi einen neuartigen Dieselmotor. Schon damals an Piechs Seite sein Schützling Martin Winterkorn. Es heißt, die beiden kennen jede Schraube in den Fahrzeugen. Sie machen gemeinsam Karriere. Winterkorn ist sicherlich ganz, ganz stark von Piech geprägt worden. Das war sein großes Vorbild. Man kann nicht sagen Vaterersatz, aber in die Richtung geht es fast schon. Es entstand schon der Eindruck, dass er 100 Prozent das macht, was ihm Piech sagt. Nach Audi erobert Piech auch VW, den Mutterkonzern. Die Ausgangslage ist Anfang der 90er Jahre heikel. Schwacher Absatz, hohe Kosten. Vielleicht jahrelang. Nichts dringt nach draußen von über 11 Millionen manipulierten Fahrzeugen. Von geschönten Stickoxid und wie sich später herausstellt auch CO2-Werten. Vorstände und Aufsichtsräte sind angeblich nicht informiert. Die Zeche zahlen auch Menschen wie Kai Dünnschede. Für den Kleinunternehmer ist das alles nicht bloß eine Abgasaffäre, sondern ein persönliches Desaster. Im April 2015 hat er VW-Aktien gekauft. Fürs Alter. Das Risiko schien kalkulierbar. Ich sehe mich eigentlich nicht als Börsenspekulant. Ich bin ja als Unternehmer tätig und muss mich dementsprechend selbst um meine Altersvorsorge kümmern. Und sehe bei der aktuellen Zinssituation in Deutschland keine große Alternative zu Aktienanlagen. Und ich habe mich echt für Volksvergang entschieden, weil das eigentlich ein konservatives, langweiliges, teilweise im Staatsversitz befindliches Unternehmen ist. Weil ich da einfach gedacht habe, da kannst du nicht viel mit verkehrt machen. Dünnschede kauft VW-Aktien im April 2015 für knapp 100.000 Euro. Nach Bekanntwerden des Skandals bricht der Kurs ein. Dünnschede verliert fast 50.000 Euro. Er will VW verklagen. Ich bin sehr verärgert, dass das passiert ist. Ich fühle mich von denen betrogen, weil die wussten 2014 schon, dass eine nicht ganz zahnlose Behörde gegen sie ermittelt und haben das einfach mal unter den Teppich gekehrt. Hätte ich das zu dem Zeitpunkt gewusst, im April diesen Jahres, hätte ich die Aktien von VW nicht gekauft. Man hätte sehr schnell, insbesondere gegenüber den amerikanischen Behörden, reinen Wein einschenken sollen, was nicht geschehen ist. Und letztlich dann natürlich auch innerhalb des Unternehmens, auch gegenüber der Öffentlichkeit, offensiv kommunizieren sollen. Stattdessen macht VW weiter. Noch im Jahr 2015 bewirbt VW seinen Diesel in den USA und täuscht Kunden wie Anleger. Wer wusste was, wann? Und hat geschwiegen. Es geht um Milliarden. Rechtsanwalt Tilp ist sicher, die Klagen der Anleger werden Erfolg haben. Zulassungsdokumente für den VW-Jetter verbieten ja einen Defeat-Device. Mit der Schummelsoftware verstößt VW wissentlich gegen US-Bestimmungen. Spätestens seit 2008. Wir wissen definitiv und deswegen haben wir auch die erste Aktionärsklage in Deutschland eingereicht, dass VW den Kapitalmarkt über die Milliarden-Risiken viel zu spät informiert hat. Wir meinen bereits seit Juni 2008, jedenfalls aber seit Mai 2014, denn da wusste VW, dass der Betrug quasi aufgeflogen ist. VW aber befasst sich lieber weiter mit sich selbst. Im April 2015 trifft VW von all dem nichts wusste. Was ich sagte ist, dass das meines Wissens keine Entscheidung des Managements war. Das war etwas, was Einzelne getan haben. Aber es ist über Jahre passiert. Glauben Sie wirklich, dass die Vorstandsetage jahrelang nichts davon mitgekriegt hat? Das stimmt. Das ist in der Tat schwer zu glauben. Und ich ringe auch damit. Man überlegt, da muss irgendjemand mal gesessen haben und auf die Idee gekommen sein, man könnte 11 Millionen Fahrzeuge manipulieren und es fällt niemals auf. Das kann einen nur wundern. Das hätte meine Fantasie sicherlich noch vor wenigen Wochen deutlich überstiegen. Niemand will etwas gewusst haben. Politiker, Manager, Betriebsräte, Aufsichtsräte. Alle geben sich ahnungslos. Bis heute. Dieser Film erzählt von dem Traum, die Nummer eins in der Welt zu werden und dabei spektakulär abzustürzen. Und er erzählt von Autobauern, die es mit den Gesetzen offenbar nicht so genau nehmen. Und das schon seit Jahrzehnten. Volkswagen ist ein sehr schwieriges, kompliziertes Gebilde. Und da haben die Betriebsräte und die Gewerkschaften eine besondere Macht. Eine Macht, abgesichert durch Privilegien und Sonderrechte. Klaus Volkert ist 15 Jahre lang Betriebsratschef. Bis 2005. Er ist Anführer von einigen hunderttausend Arbeitern. Sein Einfluss scheint grenzenlos. Als starker Mann neben VW-Patriarch Ferdinand Pirch. Auf Augenhöhe mit den Top-Managern des Konzerns, wie Personalvorstand Peter Harz. Gegen die Arbeitnehmer, gegen die Betriebsräte von Volkswagen geht nichts in diesem Konzern. Der Druck auf das Management, sich gut zu stellen mit diesen Betriebsräten, ist extrem hoch. Im Management von VW entscheiden sie damals, die eigenen Betriebsräte zu schmieren. Arbeitnehmervertreter sollen gefügig gemacht werden. Organisiert von Klaus-Joachim Gebauer. Er ist damals der Verbindungsmann vom Management zum Betriebsrat um den mächtigen Chef Klaus Volkert. Volkert sollte zufrieden sein. Man hat ja eine bestimmte Sicht der Dinge, was im Leben interessant ist und was gefällt. Hauptsächlich eben Frauen. Und ich habe eben das organisiert, was ihm Spaß gemacht hat. Und dadurch, dass die finanziellen Möglichkeiten da waren, gab es auch keine Restriktionen. Viel Spaß hat Klaus Volkert zum Beispiel in Rio de Janeiro. VW zahlt großzügig dafür. VW zahlt großzügig dafür.